bodycamps bei tödlichem polizeieinsatz in dortmund nicht angeschaltet vor einer woche war in dortmund ein 16 jähriger senegalese durch polizeischüsse tödlich verletzt worden die kameras hätten mehr erkenntnisse zum einsatz liefern können bei einem tödlichen polizeieinsatz in dortmund waren die bodycamps der beteiligten beamten nicht eingeschaltet das erfuhr die nachrichtenagentur deutsche presseagentur aus ermittlerkreisen der kölner stadtanzeiger hatte zuvor berichtet unterdessen hat auch der innenminister von nordrhein-westfalen herbert reul cdu landtagspolitiker in einem brief über den vorfall in dortmund informiert die bodycamps erwähnte er darin nicht die kameras an den einsatz westen der polizisten hätten im zweifel mehr erkenntnisse über den einsatz bringen können bei dem ein 16 jähriger senegalese durch fünf kugeln tödlich verletzt wurde laut ermittlerkreisen war der einsatz nach angaben der polizei dortmund zunächst nicht für eine body cam geeignet da der jugendliche sich mit dem messer dem anschein nach umbringen wollte als der 16 jährige dann mit dem messer auf die polizisten zuging wurde die lage für die beamten demnach innerhalb von sekunden so stressig dass keiner an die body cam gedacht habe die staatsanwaltschaft dortmund und die unbeteiligte polizei recklinghausen rekonstruieren zurzeit die geschehnisse vom montag vergangener woche nach bisherigem ermittlungsstand war der 16 jährige trotz des einsatzes von pfefferspray und tasern mit einem messer auf die polizisten zugegangen ein zur sicherung abgestellter polizist hatte sechs mal mit seiner maschinenpistole geschossen fünf kugeln trafen den jugendlichen kugeln trafen den jugendlichen kugeln Vielen Dank.